So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code eintragen, yt-familyhack, vergesst es bitte nicht. Also in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein. Ihr seht schon, wir haben einen neuen Skin, nämlich die gute Mary Jane. Ich finde persönlich schöner Skin, den hätten sie gerne auch in Battle Pass packen können, für den einen oder anderen Skin. Wie gesagt, dazu das passende Rücken-Accessoire, das Rücken-Accessoire ist gleichzeitig auch die Pickaxe. Ah, ist okay. Dann haben wir des Weiteren den grünen Kobold wieder komplett als Paket drin, für 2100 Rebugs. Da drin enthalten ist einmal der Skin, der Kleider, die Pickaxe, dann das Curves-Emote. Ah, ist okay. Rücken-Accessoire ist in Ordnung. Dann haben wir wieder mal drin die Spielzeug-Trooper, die werden wahrscheinlich morgen wieder reinkommen, nur in einer anderen Variante. Ihr kennt es ja. Einmal die männliche, einmal weibliche Variante, dann natürlich auch noch die Lackierung. Dann Sonnen-Soldaten-Paket auch wieder drin für 2400 Rebugs. Der Skin für 1.2, der andere auch für 1.2, Rücken-Accessoire für 800, Pickaxe für 800. Dann haben wir wieder zurück Volture für 1.5. Die gute alte Hackerin aus der Season 3, auch wieder da. Dann Röpster-Emote. Ja, das war wirklich so Ladyhaft. Aber ich finde persönlich, dass der Emote packt ein bisschen rum. Weil er ist Röpster, dann macht er nur das. Ganz komisch. Dann haben wir Knochen-Lost wieder mit drin. Pop-Lock. Und Faust-Jubel. Faust-Jubel, keine Lust. Okay. Aha, das ist der Faust-Jubel. Und wie gesagt, die ganz normalen Pakete sind natürlich immer noch drin. Nichts Neues. Und dann, wie gesagt, gerne einen Creator-Code eintragen. Y&T-Family-Hack. Ich habe gestern noch ein bisschen gelevelt. Habe ja auch ein Video dazu schon hochgeladen. Also Level 38 sind wir jetzt. Also gestern noch mal 8 Level gemacht. Ich bin mal gespannt, wo die Reise dahin geht. Ich schätze mal Wochenend haben wir Level 50 ohne Probleme erreicht. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Donnerstag. Und haut rein. Denkt dran, heute Abend ist das der Duo Cup. Also nicht vergessen. Also in dem Sinne, haut. Und rein. Und rein.